Autsch! Das hat gesessen! Gestern Abend lief das Finale der diesjährigen Staffel von Germany's Next Topmodel. Die Finalsendung hatte mit 1,66 Millionen Zuschauern den geringsten Marktanteil seit 2017. Doch nicht nur die Zuschauer vor den Fernsehern waren von der Show enttäuscht. Kritik kommt auch von einer Seite, von der man es nicht unbedingt erwartet hätte. Jetzt rechnet ein ehemaliger GNTM-Juror mit Heidis Sendung ab. Payman Amin, 52, war von 2006 bis 2009 der Juror an Heidis Seite. Weder für die Model-Mama noch für die Show selbst scheint er heute noch viel übrig zu haben. Gegenüber Bild erklärte der Model-Agent, einmal mehr gewinnt eine Kandidatin diese Comedy-Show, die in zwei Wochen schon wieder alle vergessen haben. Payman fand harte Worte und verteilte damit auch einen Seitenhieb gegen die Siegerin Vivian Blotzki. Doch das war anscheinend noch nicht genug. Der Model-Agent schoss auch gegen Heidi und deren Tochter, da helfen Lenis zur Schau gestellten Brüste auch nicht mehr, um den Quotenabsturz zu retten. Der 52-Jährige ist auch der Meinung. Man soll, so heißt es, aufhören, wenn es am schönsten ist. Den Zeitpunkt hat Heidi leider schon längst verpasst. Und da haben Sie den Zeitpunkt gemacht. Wer ist die Frage, da haben Sie den Zeitpunkt, um den Quotenabsturz zu retten, um den Quotenabsturz zu retten, um den Quotenabsturz zu retten. Vielen Dank.